Doki! Hallo! Hallo! Du solltest da rauskommen! Wirklich! Du bist spät dran! Ja, ehrlich! Ja, ja, ja! Komm raus! Du bist ja ganz allein! Hast du keine Angst? Hä? Wir gehen zum großen Tal! Du kannst mitkommen! Ja, wirklich! Du bist ein Dornenschwanz! Wir nennen dich Spike! Doki! Und so brachen die fünf hungrigen Dinosaurier zum großen Tal auf. Nie zuvor hat es eine solche Herde gegeben. Ein Langhals, ein Breihorn, ein Breitmaul, ein Flieger und ein Dornenschwanz. Sie alle wanderten zusammen. Alle wussten, wenn sie sich verirrten, würden sie verhungern. Oder sich in Scharfzahns Schatten wiederfinden. Baumsterne wachsen da, wo es viel Wasser gibt. Wenn wir diesem Wasser folgen. Kein Grünfutter hier und ich immer noch Hunger. Ich habe auch Hunger. Könnt ihr was riechen? Ich, ich, ich rieche, ich rieche, ich rieche. Doki! Du riechst mich? Ich rieche Wasser, ich rieche... Baumsterne! Oh, seht doch! Grünfutter! Das große Tal! Du riechst mich jetzt. Du riechst mich, sollte das ist. Ich rieche. Ich rieche Und jetzt. Ich rieche dir das. Ich rieche.